Ich komm nach Hause, du bist nicht da, gähnende Leere, wo dein Schreibtisch war. Auch deine Sachen sind alle fort, was ist denn jetzt passiert? Was ist hier los? Die ersten Tränen sind weggewischt, da fehlt mein Blick auf den Küchentisch. Ein kleiner Umschlag, ich mach ihn auf und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Es ist ein Abschiedsbrief von dir an mich, ein Stück Papier, mehr ist es nicht. Ein paar Zeilen, in denen du mir schreibst, dass das alles ist, was mir von dir bleibt. Nur dieser Abschiedsbrief, herzlos und kalt, der mich aus dem Himmel in die Hölle knallt. Ich hab's geahnt und doch sitzt es tief. Jetzt häng ich hier mit mir und deinem Abschiedsbrief. Was ist geschehen? Was ist passiert? Wieso bin ich es, der wieder mal verliert? Dich anzurufen, wär verkehrt. In ein Gespräch bin ich dir sowieso nicht wert. Nur dieser Abschiedsbrief von dir an mich, ein Stück Papier, mehr ist es nicht. Ein paar Zeilen, in denen du mir schreibst, dass das alles ist, was mir von dir bleibt. Nur dieser Abschiedsbrief, herzlos und kalt, der mich aus dem Himmel in die Hölle knallt. Ich hab's geahnt und doch sitzt es tief. Jetzt häng ich hier mit mir und deinem Abschiedsbrief. Es ist ein Abschiedsbrief, herzlos und kalt. Der mich aus dem Himmel in die Hölle knallt. Ich hab's geahnt und doch sitzt es tief. Jetzt häng ich hier mit mir. Und dieser Abschiedsbrief von dir an mich, ein Stück Papier, mehr ist es nicht. Ein paar Zeilen, in denen du mir schreibst, dass das alles ist, was mir von dir bleibt. Nur dieser Abschiedsbrief. Nur dieser Abschiedsbrief, herzlos und kalt. Der mich aus dem Himmel in die Hölle knallt. Ich hab's geahnt und doch sitzt es tief. Jetzt häng ich hier mit mir und deinem Abschiedsbrief. Deinem Abschiedsbrief. Dankeschön!